Morgens um fünf in der Backstube ist natürlich schon volle Action angesagt. Ich bereite gerade den Teig für das Brot vor und muss darauf achten, dass alle Produkte den Qualitätsanforderungen entsprechen und jeder meiner Handgriffe passt. Gegenüber werden schon die Salzstangen geformt, bevor sie in den Ofen kommen. Wir sind hier ein großes Team und jeder kann sich blind auf den anderen verlassen. Natürlich muss man als Bäcker früh aufstehen, dafür ist man aber auch früher zu Hause und hat viel freie Zeit. Ich habe eine Lehre als Konditor abgeschlossen, bevor ich nun als Bäcker ausgebildet werde. Und wenn man wie ich gerne mit Lebensmitteln arbeitet, stören die Arbeitszeiten sowieso nicht. Hier formen wir gerade Zelten mit Moen gefüllte Köstlichkeiten. Das gehört auf jeden Fall zu meiner Lieblingsaufgaben.